Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Heute nicht allein, sondern mit dem Sturmtiger. Hallo. Und machst du den Zug? Oder soll ich? Kann ich den machen. Ich hoffe das mit Musik passt dazu. Ich habe sie jetzt leiser gemacht, als wenn ich allein spiele. Damit man in Sturmtiger besser hört. Ich hoffe das schaffe ich mit dem Panzer gegen die Gegner. Weil das ist der neue Marder 38 Tonnen, wo er jetzt mit dem Update kam. Oh, die Karte. Oh, das ist der neue Premium japanische Panzer. Der erste. Der Shinokai. Ja. Ah, siehst du, jetzt weiß ich dir was ich vergessen habe zu kaufen. Den wollte ich mir eigentlich kaufen. Shinokai? Äh, wo ist denn der? Da hinten. Hä? Oh, falsch. Das hast du gedrückt. Das sieht nicht schlecht aus. Wo ist er denn? Da hinten fährt er. Du guckst doch gerade in seine Richtung. Ja, ich habe mir gerade gesehen. Ja. So, wohin falsch. Links gehen da wenigstens lang. Ja. Aber rechts ist eigentlich der Weg für dich. Ja, ich gehe auch rechts. Weil das ist eigentlich der beste Weg für einen schweren Panzer. Bin ich dein nicht so schwerer Panzer? Äh. Ja. Ja. Na dann mal die Gegner haben einen. Denk soll ich trotzdem langsam. Ich weiß ja nicht wie der sich, wie gut der ist, der... Die haben von uns drei Stück kaputt gemacht. Von uns ist auch hier ein welcher kaputt. Der Shinokai. Ja, weil ich dann ja gegen was er spielen musste. Wenn er gegen fünf Panzer spielen musste, dann... Kann der Panzer noch gut so gut sein. Hm. Keine Ahnung. Weil der ist ja allein dann auch vorn. Auf jeden Fall, der dürfte leicht für dich werden. Der dürfte nicht vorn eigentlich schon wieder. Steht doch schon wieder ich mal. Ich stehe genau so. Da oben stand auf jeden Fall ein Marder 38 von. Hm, Hetze öste. Ja, komm, lass dich blicken. Ach komm, fahr doch nicht in das Feld. Zu spät. Ha. Voll getroffen. Wow. Was hat denn dich jetzt so getroffen? Der Hetzer. Wirklich? Ja, das muss der Hetzer gewesen sein. Oder eine Artillerie. Keine Ahnung. Nee, gibt doch gar keine. Achso, dann war's der Hetzer. Dann muss es der Hetzer gewesen sein. Weil der war nämlich mal kurz oben, glaube ich. Ah, der hat mir ganz schön was abgezogen. Aber so viel Schott. Oh, hinter uns. Weil ich hab auf dem T-34 geschossen. Der da links in der Ecke steht. Was ist denn hinter uns? Ähm, einiges. Ich mag aber den Hetzer nicht aus den Augen lassen. Wir sind umzingelt. Fängt nicht gut an. Und ich seh nix dort. Der Hetzer spielt mit mir. Der will doch nicht schießen. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Da kam plötzlich einer angefahren. Oh oh. Wow. Nein, hättest du das nicht gewusst. Ach komm. Das war's für uns. Los hier. Schade. Hätt wenigstens noch einen mitnehmen können. Ich hab aber auch keinen getroffen. Ja, ich hab getroffen. Aber der hat überlebt. Einen hab ich aufgeklärt. Und einmal Schaden gemacht. Mehr nicht. 65 Erfahrung. Doch so viel. Der Panzer, wo der nachkommt, das sieht irgendwie komisch aus. Der. Der. Ich frag mich, was der mit dem, ähm, mit dem, mit dem Panzer 4, ähm, zu tun hat. Wenn er überhaupt was mit zu tun hat. Hat zumindest der 4 im Namen. Das würde vielleicht das Einzige sein. Die Runde sieht wieder anspruchsvoll aus. Ähm, ja. Sogar für dein Panzer. Das war ja grad auch nichts. Obwohl ich eigentlich so fast den besten Panzer hatte. Sag ich mal. Der stärksten. Ja, aber der KV-1 ist besser als mein Panzer. Hoch. Ich hab gedacht, die fährt gerade aus, die Hellcat. Ich gehe, äh, ja, da lang. Ich gehe jetzt wieder. Ich gehe jetzt noch. Ich gehe jetzt wieder. Ich gehe jetzt noch mal. Ich gehe jetzt wieder in dencombustchlichen Branden. Das war ja doch. Ich gehe jetzt wieder in den Keller. Hä? Warum bist du denn so langsam? Äh, keine Ahnung Fahr! 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 Hast du wohl noch nicht den besten Motor? Ich hab... Welchen Motor hab ich denn? Ich weiß, was dran ist Oh Wir müssten eigentlich schon wieder zurück Warum? Weil da oben welche sind Aber da übers offene Feld will ich nicht fahren Äh Wär beinahe schiefgegangen Oh 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 Was macht denn eigentlich die Helke da hinten? Oh! Oh! Oh man, da hin! Oh oh! KV1S! Oh! So langsam. Ich muss aufpassen, ich darf mir nicht zeigen. Er macht einen Schuss und ich bin weg. Oh! Wo denn jetzt? War das die Artillerie, die er geschossen hat? Oh! Oh! Der ist abgeprallt! Na, ich mach dir sowieso keinen Schorden. Mach da schon der Rückzug oder was? Der ist voll feige. Ich frage mich nur warum. Wenn er das gute Geschütze hat, dann müsste er eigentlich den Panzer 4 sogar mit einem Schutz kriegen können. Aber er ist gleich am Arsch. Okay, so wie es aussieht hat er dann das gute Geschütze drauf. Ach man. Jetzt wo ich oben bin. Ist er kaputt. Die Hellcats, wo hat denn eine Hellcats geschossen? Ach von da hinten. Die Süß steht da hinten irgendwo. Da ist auf jeden Fall noch ein German Tiger. Ein Mad German Tiger. Tja. Der normale war schon vergeben. Da hinten ist ja auch was gewesen. Noch keinen richtigen Feindkontakt hab ich. Das wird ein KV1-S wohl, ne? Ja, ich sag ja noch keinen richtigen. Was hab ich denn? Ich hab zweimal auf den geschossen, ne? Ja, ich bin halber kaputt. Aber durch nur einen Schuss von ihnen. Da unten wurde irgendwie eine Artie aufgeklärt. Wahrscheinlich durch einen schweren Panzer da unten. Oh, das ist ja auch noch ein Mader. Noch da links irgendwie. Das war ich doch mal. Ich helfe mal den KV1-S da hinten. Oder ich fahre erstmal gegen Hügel. Schau, noch ein 1-S. Und der halt der... M4. Ja, der M4 ist hier beim KV1-S. Ja. Und bei mir. Wirkungstreffer! Komm Lord, schneller, schneller! Verdammt! Och maaan. Jetzt hat der ihn. Und ich sag, der 1-S ist irgendwo da hier oben im Eck. Wirklich? Warum ist er denn da? Ja, das ist ja auch nützlich. Ey, dann kann er bald auch noch schießen. Wenn ich da in die Ecke gefahren bin. Aber bis ich da bin, ist er eh schon tot. Wo bist du eigentlich? Ach, da ganz da hinten. Dürfte ich noch sehen? Oh oh, nein, nein! Gut, kam nicht auf die Idee, in meine Richtung zu schießen. Nein. Sein Turm hat sich nämlich gerade in meiner Richtung gedreht. Ja, das Einzige, was ich sehen habe, war glaube ich ein Stück vom Turm. Aber egal, gewonnen. Vier, fast 500 Erfahrung. So, nochmal. Versuchen mit dem Bonzer. Schau, welchen Motor hab ich denn? Ich hab den. Ich hab den. Hier ist er. das noch nicht dabei war. Wir sind fest. Vielen Dank.